Stellt euch mal eine Welt vor, in der man alles denken kann. Ich setze den Schöpfer über Raum und Zeit. Alles liegt in engeren Händen. Genauso geht es mir, wenn ich traue. In meinem Traum kann ich denken und lassen, was ich will. Zumindest habe ich es gemeint. Bis auf einmal ein wildfremmer Bub auftaucht ist. Ein Bub, der auch die Kontrolle über das Geschehen hat. Obwohl es mein Traum ist. Und seitdem steht mein Leben auf dem Kopf. Seid dabei in einer Geschichte zwischen Raum und Zeit. Zwischen Wirklichkeit und Schlafenszeit. Schlafenszeit. Der Junge im Traum. Vom 2. bis 10. September in der Mittelschule Latsch. getszeit. Zwischenatteszeit. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Vielen Dank.